Da ist das 1 zu 0, da ist das 1 zu 0 für Deutschland und es ist wieder Müller, ich weiß es nicht, dritte Minute. Thomas Müller zum 1 zu 0, war eine Standard-Situation, das kommt ewig lieber. Aber mit was auch immer, wie wird Maradona jetzt reagieren? Argentini Köln erwischt! Die Gombordi so ist es, der da nicht herankommt und Otamendi auch zu spät. In dieser Einstellung sieht Torwart von mir wohl nicht gut aus. Jetzt geht Ira, die beiden U21 Europameister. Müller an ihm liegen, holt er sich den Ball, kein Abseits, Podolski, Kloser, Kloser! Er ist drin, er ist drin! Im 100. Länderspiel! Miro Kloser! Ist das jetzt gelaufen? 2-0 für Deutschland! Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, wenn man ihn auswählen könnte. Es war die erste richtige Chance der deutschen Mannschaft. Nach 22. in der zweiten Halbzeit, wo der Jubilar und Müller ihm liegen, mit dem Ball sind schon verloren, von Dolski, Kloser! Kein Absatz! Wahrscheinlich! Und das 2-0! 51. Tor im 100. Länderspiel! Reden Kloser! Das dritte hier in dem Turnier! Aber kein Salto! 2-0! 5-0! 5-0! 1-0! 2-0! 2-0! 2-0! 3-0! 4-0! Wir nehmen das auseinander. 77 Länderspiele. Es gab keinen Nationalspieler, sagen wir auch dann Frau Merkel. Die weiß es noch gar nicht. Ich bin so viel spieler, der noch kein Tor hat. Arne Friedrich. Das müssen Sie sich mal ganz langsam mal buchstabieren, liebe Zuschauer. Deutschland, Argentinien, 13 und noch 15, 17 Minuten zu spielen. Der Markt allen lassen, der Schweinsteiger, dafür ist der Begriff, Lass machen, erfunden worden. Gegen die Maria, gegen Pastore, gegen die Quain. Heinze, der kann auch nichts mehr ausrichten. Und Arne Friedrich krönt sein Turnier. Hier ist er. Was für ein Jahr. Abgestiegen mit Hertha. Und jetzt, wo wir jetzt schon sagen, mit Deutschland im Halbfinale. Beim 3-0-Sieger Wolfgang Diersbach, Angela Merkel, zweifelt nicht mehr daran. Der Doral Kloser ist völlig frei. Rechts. Da ist Kloser. Da ist Kloser. 4-0. 4-0 gegen Antony. So, jetzt kommt der Zeitdator. 14 Tore. Gerhard Müller, die Legende, ist eingeholt. Was sieht das mal? 4-0. 14, da ist die Zahl. Dieser Juli 2010, der geht in die Fußballgeschichte ein. Stark die Vorbereitung aus dem Fußgelenk von Mesut Özil, Balak und all die anderen.